Hallo ihr Lieben, das ist mein nächstes Stay-at-home-Workout für euch. Heute geht es um die Bauchmuskulatur. Viel Spaß! Ihr braucht einen Stuhl oder wie ich heute im Wald bin, einen Baumstamm und dann geht's auch schon los. Hände aufgestellt, Füße hinten fest, Ellenbogen leicht gebeugt, Bauchspannung, Gesäßes fest. Und du ziehst im Wechsel die Knie nach vorne. Und los geht's! Zum Warmwerden, Blickrichtung nach unten, lange Halswirbelsäule und atmen nicht vergessen. Zieh! Jeder sein Tempo. Ellenbogen immer noch leicht gebeugt. Letzte. Hier noch. Noch drei. Zwei mehr. Und löst! Schneller Wechsel in den Sitz. Fersen fest aufgestellt. Unterer Rücken leicht rund, Oberkörper leicht nach hinten. Hände an den Hinterkopf und du ziehst dich diagonal, Knie und Ellenbogen zusammen. Los geht's! Zieh! Zieh! Bauch ist fest. Spannung im Bauch. Fester Rücken. Los geht's! Und hier kannst du für dich selbst wählen. Wenn der Bauch noch nicht so fest, noch nicht so stark ist, gehst du mit dem Oberkörper weiter hoch. Wenn du mehr kannst, tiefer. Und los geht's! Schön in die Rotation. Weiter atmen. Sehr gut! Die letzte. Acht. Sieben. Zug. Sechs. Fünf mehr. Vier noch. Drei noch. Zwei mehr. Und löst! Schneller Wechsel. Hände wieder fest. Füße wieder fest. Gesäß anspannen. Bauch fest. Und jetzt siehst du hier, diagonal. Etwas langsamer. Ellenbogen gebeugt. Und los geht's! Und los geht's! Weiter atmen. Und los geht's! Weiter atmen. Kontrollieren nochmal. Ellenbogen gebeugt. Gesäß fest. Starker Rücken. Bauch ist fest. Acht noch. Sieben. Sechs. Schafft ihr! Fünf noch. Vier. Drei noch. Zwei noch. Und löst! Und dann setzt du dich noch einmal hin. Hände fixierst du hinten. Fester Sitz. Unterer Rücken wieder rund. Brust raus. Die Beine erst mal anziehen. Halte. Die Knie zusammen. Die Füße zusammen. Jetzt schiebst du dich lang. Und dort wo du merkst. Uiuiui. Nur hier kann ich halten. Hältst du einfach nur. Weiter atmen. Kinn etwas weg von der Brust. Spannung im Bauch. Und halte. Blick Richtung zum Himmel. Ich hoffe ihr nutzt das schöne Wetter für ein, zwei Spaziergänge am Tag. Halte. Atme. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei mehr. Zwei noch. Und ab. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Workout. Macht eine Minute Pause. Trinkt was. Und dann bitte noch eine zweite Runde davon. Viel Spaß. Bleibt zu Hause. Sportliche Grüße. Bis dahin.